Ja Leute, hier ist euer Bergnett, ein neues Video auf diesem Kanal. Ich hab ein bisschen die Kommentare durchgelesen und da meinte eine Person, dass Niki für jeden Kill, den er macht, seine FPS hochschrauben soll. Ihr seht gerade, er hat volle 30 FPS und Niki wird mal gleich bauen auf 30 FPS. Ihr werdet gleich sehen, was für ein Unterschied das ist. Deswegen lasst ein Like, da unten drückt, Ende Kanal für solche Challenges, Epic Namens vergessen, wenn ihr mit uns zocken wollt. Und Niki, zeig uns deine Edits und deine Bowskits auf 30 FPS. Ihr seht schon, das ist ein anderes Spiel. Bruder, was ist das? Du spielst auf dem fucking Toaster, Digger, was ist das? Das ist alles andere als ein Monkey Classic. Ihr seht es, es ist fast unmöglich, damit einen Kill zu machen. Ist ja fast so schlimm wie früher, damals, wo wir auf PS4 warten, aber ich glaube, PS4 hatte 60 FPS. Nein, wir hatten 30. Komm her, Dig, alter, wie eklig. Versuch mal meine Wand zu kriegen. Ey, du kriegst keine Wand von mir. Okay, okay, so kamen wir, komm. Gepiest, Digga, du kriegst keine Wand von mir. Ich schwöre, es ist so geil, die geht nicht zu spielen, ich hab endlich mal eine Chance. Wieder gepiest. Hä, meine Bowskits nicht. Ich will nicht wissen, wie Late Game Arena am Anfang sein wird. Ihr wisst, Late Game Arena am Anfang ist mies laggy. Mit 30 FPS. Boah, mit Game Stitzer. Und ich hab mir spontan überlegt, ich steig mit in die Challenge ein. Bedeutet, bei mir heißt es auch 30 FPS. Und lass uns Challenge draus machen. Der erste, der es schafft, unbegrenzt zu erreichen, hat den größeren Schlag. Ich schwöre, ich sweat hier um Leben, noch nie so gesweatet. Ey, wenn ich jetzt nicht Spaß kriege, das wird dis... Oh mein Gott! Ich hab 30 FPS und direkt Spaß, ich kämp' um mein Leben. Mann, Digga. Stark, hol in dir. Jetzt. Gib mir deine Spaß. Oder was machst du? Oder ich will... Ja, okay, okay, chill, chill, chill. Ich hab zwei Kids gemacht. Das heißt, ich darf zweimal höher. Nee, nee. Warte, ich geh, wenn wir da unten sind. Er trinkt auf einen auf den Rücken. Er trinkt einen auf den Rücken. Oh, Sand, hör auf. Warte mal, ich hab irgendwas angemacht. Ich hab den Kälb bekommen. Ich hab den Kälb bekommen, weil ich ihn gewünscht hab. Ich hab 12 FPS. Ich hab 12 FPS. Ich muss kurz rumstellen. Ja, warte. Ich stelle um auf 60. Ich darf um 144. Och, Digga. Junge, wer schießt auf mich? Ich bin das bei 60. Ich bin 144. Oh, wer gut geschickt hat auf 60 FPS. Ich hab den Kälb bedeutet, ich darf einen höher gehen. Ich geh mit dem Leben. 100. Was sagst du dann? Oh, da ist welche? Ich darf höher gehen. Ich darf höher gehen. Ich darf auch höher gehen. Es kommt aber. Es ist irgendwie höher. Ich komm. Jetzt. Nein. Oh, Digga. Warte, Digga. Ich kann nicht höher als du dann kommst. Nimm dir. Hab einen. Oh mein Gott. Du sagst jetzt, das ist mir anders krass. Nein. Jobe, was schießt der auf mich? Ich muss höher gehen, aber ich kann nicht. Ich kann auch nicht. 100. Ich muss kurz 10 geben. Ey, jetzt geh ich aber höher. Ich hab 7 Kills. Ich hab auch, ich hab 4 Kills. 1, 2. 144 FPS bin ich mit 4 Kills. 1, 2, 3. Bruder, mach den. Mach den Fortnite. 180 FPS. Nein. Die sind untraut. Die sind untraut. Lass doch nicht gehen. Lass doch einfach. Komm. Ich brauche unbegrenzt, Junge. Ich will den größeren Schlung haben. Der Sonne ist doch hier, oder nicht? Ja, ja, ja. Nein. Oh mein Gott. Der 50er hat tot. Warum kann ich hier? Niki, wie viel ich leben hab ich? Egal, du willst 20 leben, oder so. Er fällt? Bei mir? Bei mir, Niki. Bist du bei mir? Bist du bei mir? Nein. Hau rein. Über dir? Nein. Ich muss sohn. Ja. Nein. Von oben. Nein, du hast die Kille bekommen. Und das ist der letzte. Ein Du ist das. Oh, der Dreck hat mich auch geholt. Der hat mich auch geholt. Wir gehen in eine zweite Runde rein. Ich bin gerade eben. Ich hatte vier Kills bei 144. Wer ist... Was bist du? 240. Oh, wenn du schon einen Ehrenmann mehr hast und dann noch einen größeren Schlung haben willst, gehst du mit mir auf 144. Okay. Ja? Ja. Ich werde dich auseinandernehmen, Mann. Bitte Spaß jetzt, bitte. Gerade hatte ich Spaß auch. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Spaß trägt immer der Beste. Auf 144 der Beste. Gib mal, ich fasse euch mal auf 244. Bro, du hast gesagt, du lässt 244. Nee, nee. Du hast doch 144. Okay, weil du ein Mann warst. Ah, du Eidiger. Unser Teammate hat eine Charge. Schnell, der Arme. Komm mit. 100. Komponenten. Komm rein. Ich darf höher stehen. Wir werden nur 70. 100. Komponenten. Stark. Ich schlue ich mir nach Rutschen. Komponenten. Neues Team. Minus 20. Ich bin so am Rutschen. Er ist Cracked. Er ist so Cracked. Ey, vier Kills, vier Kills. Was darf ich, wie darf ich hoch? Nur weil du Spaß hast. Geh mal zurück, Bro. Wieder 200 FPS. Geh mal zurück. Der guckt, der Mann, Skin ist es. Die haben nicht Spaß, ja. Besser, Bist. Hab einen. Einer, das. Hab einen geboxt. Einer, das. Hab einen geboxt. Nein. Den mit Spaß hab ich. Bei mir geht da. Nein, nein. Digga, du Wuch... Mach diese, ich hab diese Teile. Stark, du bist so cool. Digga, Digga. Ach, ich bin nur unten. Ich bin 27. Sohn. Oh, Sohn, Nikki. Oh, 160. Nikki, Sohn. Ey, ich bin gleich auf unbegrenzt. Noch ein Kerl mehr auf unbegrenzt. Meine Mann, Cracked. Oh mein Gott. Hab einen, hab einen, hab einen, hab einen, hab einen. Stark. 100. Nein, ich bin... Nein, Sohn, 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 Sohn. Lika, 2, komm. Gib dich schnell, gib dich schnell. Es geht durch, es geht durch, es geht durch. Es geht durch. Nein, mein mir nicht. Doch, es geht durch, du schaffst es, du schaffst es. Ja, ich will es schaffen, aber... Aber wo lang müssen wir... Nein, wo lang müssen wir? Egal, scheiß drauf, freu ich nicht. Wenn, wenn du keine Müsse. Jetzt komm. Weg. Ich hab's geschafft. Ich auch, ich auch. Nein, nein. Guck dir das an. Schli. Nein, du hast ihn neben. Ja, du hast... Mann. Er ist bei mir. Ja, er gibt mir einen Hit, okay. 130. Er fliegt um raus. Er hält die ganze Zeit diese Charge. Ey, ich bin am fliegen. Hab einen jetzt. Er hat, glaub ich, nicht Spaß. Nein, ich fühl sie mir. Börsch oder was? 1 HP. Jetzt. 100. Nein, wir haben ihn abgestopft. Ich hab ihn nicht mal abgestopft, Digga. Ich hab ihn minus 160 gegeben. Hier, unter mir, unter mir. Ja, ich möchte. Das tun. Auf 640? 100. Nein. Bitte, crack, crack, crack. Er ist unter mir. Ab ihn. Minus 8, Digga. Der Eklige. Wunderbar macht sich das. Nein. Grunard, hab ihn. Nein. Schappi. Ich hab mitkippt. Ich bin 10, 20, 7. Ich muss auf die Sonne einfach. Ich bin auch tot. Ich hab mein Klee bekommen. Nein. Nein. Nicht alle Solos waren das. Hinter uns. Oh, der Gottlose wird gleich behindert gepiest. Der weiß gar nicht, was mit ihm geschieht. Was? Was? Lass ihn hinter uns furcht. Komm jetzt, der hat mich als erster verfolgt. Komm jetzt. Bei dir? Er hat Spaß. Er war nicht schlecht. 100. Hab ihn. Was? Was drückt der mir? Er will zu mir, er will zu mir. Bruder, er hat das. Er hat der Beste. Nein, er hat einfach nur den besten Ping. Er hat bei mir alles direkt. Er hat immer nur das Beste Aim. Ja, aber ich wird gefinished. Oh mein Gott, ist dieses Spiel schlecht. Ey, er kann überall. Er hat einen guten Ping. Ich schwöre, warum hast du den besseren Ping als ich? Er wird reinkommen, er wird reinkommen. Ey, bitte, Digga. Oder er will deinen Arsch. Geh weiter, weiter. Er wird geholt. Ja, ich will jetzt auch geholt. Er wurde geholt. Er hat dich bis zu deinem Lebensende verfolgen. Wird geholt. Tada. Nein. Match sind 90 Match, Bro. Okay. Ich glaube, du musst immer umbrennt spielen. Da liegen Fische wie sonst was. Oh, was? 30er, das ist cringe. Wie er wegrennt. Ja, Digga, du da oben, Digga. Ich hasse die Leute, die sprayen. Er ist vor dir. Direkt vor dir in der Box. Ja, es ist so lecker. Es ist so lecker. Und finish ihn. So lecker. Wenn man von oben die ganze Spread noch small kriegt. Das ist seine Wende. Pass auf. Boah, Benny, boah, halt dein Mold, Bruder. Halt einfach mal. Cracked? Kein. Kein. Ich habe meine IP. Meine IP war leer. Pulli, please. Ich halte. Nein. Komm raus, ich komme raus. Sie sind richtig spät, Niki. Ich bin richtig spät. Ich komme kurz neben. Ich komme kurz neben. Ja. Guck dir an. Wo? Hä? Ah, ist der ein Pumps nicht. Er hat erstmal nach. Boah, die sind so bad. Oh. Er lebt noch. Oh, was war das für einer. Über mir. Felix, wir werden über uns geboren. Cricket. Zwei, der deins. Er ist drin, unten. Gött, der ruhig Gott. zwei leute ich finde es was mein gott ist gegen die gestorben nein er ist um raus das fall zu leckt das unter mir aber ja habt ihr da oder er looted so süßer irgendwie das in den wendel und ich komm komm hinten raus komm er ist umdrehen Er ist oben drin. Ich kattierbar hat sie irgendwie. Hier drin. Jetzt. Hab die Wollen. Niki, wo sind die? 113. Ich muss dir Leben geben, Niki. Pass auf, hinter uns, hinter uns. What? Hab ihn. Komm rein. Hier, das ist der Beste. Hab ihn. Einfach durchschlammen, Bruder ist das Beste heutzutage. Er war ja nicht schlecht, ne? Ich weiß, geh mal an Biggie, Niki, geh mal an Biggie. Er ist bei mir drin, mal an der Wand. Er hat Wollen. Hier, Alex, komm mit. Ich komm. Bitte zu mir. 130, ab 1. Come on, Digga, so low. Wen hab ich da irgendwo 130? Ab 1, komm mit, komm mit, komm mit. Ah, eins gegen eins. Ich weiß. Ja. Nein. Ja, Bruder. Das ist direkt eins, komm von Seite. Soll ich jetzt, hey, den. Ey, ist der los? Der ist so los gewesen. Über uns. Er rett hier. Ge-Peace. Nein. Hab ihn. Nein. 150. Boah, ich hab keine MP. Ich bin auf diese Kugel gegangen. 160. Ich bin 160. Ich geh direkt weiter. 1,2,2. Oh, 82. Cracked. Nein. Ja, hab einen. Bitte. Hab noch einen. Irgendwie. Cracked. Nein. Er hat mein Kiel gestohlen. Bitte. Sechsen. Nein. Hab noch einen. Ich geh mal neben. Was ist hier offen? Nein. Er hat den besten Ping oder so. Willpies. Ich komm. Ja, Digga. Mann, von hinten. Ich hab ihn so, ich bin ganz so gut. Aber ein. Cracked. Der ist so scheiße. Oh mein Gott. Er hat den Spaß. Nein, der mit. Warum hörst du ihn nicht? Danke, Fortnite, für die Sounds. Warum hörst du ihn nicht? Ich würde sagen, Freunde, das war's im Video. Ab 60 FWs fand ich alles ein bisschen spielbar. Alles über 144 FWs ist so viel. Braucht man gar nicht, weil der Monizor das gar nicht wiedergeben kann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Like, abonniert auch gerne den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Und Peace. Bis zum nächsten Mal.